Flughafen Tegel Flughafen Tegel Tegel Bereitschneiden Flughafen Tegel Flughafen Tegel Das ist ein Jammer. Stoppenfenster. Tower ist leer. Das ist ein Geisterfahrt. Hier sind wir oben. Hier sind die Terminals. In der Mitte bauen sie die Werbung ab. Wir bauen hier schon wie die Verrückten. Das Ding ist nachher nicht wirklich zu. Ach nee, das ist von der Wärmung wahrscheinlich in der Mitte. Da drin bauen sie alles ab. Ja. Was ist denn, wenn sie es nur noch brauchen? Wir haben ja schon gesagt, es klappt zu viel ja nicht. Haben sie ja neulich gerade gesagt, es klappt. Es klappt wirklich ganz viel. Es ist da unmöglich im Moment noch. Und dann muss es aber nicht so sein. Das ist ein Jammer. Da vorne ist der Tower völlig dunkel. Ja, alles weg. Dabei hat er ja noch eine Betriebserlaubnis bis Mai. Ach nee, doch nicht. Absolute Verschwendung. Das ist ein Flughafen, der funktioniert. Ja, natürlich. Der ist auch beliebt. Und denkst du, wenn nachher die ganzen Reisen wieder losgehen, in alle Welt, wo sie alle hingehen wollen, wenn es bloß bis Spanien ist oder was weiß ich, oder sonst was, wenn die alle kommen, mal wieder zum Reisen. Das schaffen die gar nie. Das schaffen die nie. Das schaffen die nie. Das schaffen die nicht. Hier oben jetzt runter, da waren wir. Ja. Da ist noch ein Vogel. Wisst du, der fliegt noch. Ja. Juhu. Und noch ein Vogel. Die sind ja um alle. Juhu. Oh. Ah, die haben in den Tunnel schon zugemacht. Hier oben sind ja die Flugzeuge drüber. Ja. Aber er hat auch schon Licht ausgeknipst. Ja. Juhu. Das war Teel. Der Berliner bleibt das Teel. Bestimmt. Meinst du nicht? Naja, sag ich gerade. Teel. Jetzt fahren wir hier noch rum. Jetzt fahren wir hier noch rum. Hier sind die Elektrikerbutzen und so. Und Fracht. Ja. Ach ja. Diese komische Tech Republic. Scheiße alles. Jetzt sind sie drüber gefahren hier neben. Ja. Außerwandern eigentlich, ja? Ja, natürlich. Oh. Da kann ich nicht hoch gehen durch. Hier kannst du hoch. Ja, das ist eine Straße. Ja, da kannst du ja nicht auch stellen. Und dann fahren wir jetzt nach eben mal oben rum. Ja, ja. Und jetzt fahren wir mal die andere Route. Die zeigt nicht Stopp gemacht. Da werden sie mir gleich von einer Stelle verhaften. Ja, ja. Hier nebenan ist ja dieser Fußgängertunnel. Der ist auch sehr hübsch eigentlich. Der ist auch sehr hübsch eigentlich. Hier nebenan ist ja dieser Fußgängertunnel. Die Brücke hoch zum Terminal. Das ist ja der übliche Weg dann. Fahrlicht kommt da oben noch ein. Ja, aber auch nicht mehr, Phila. Nee, nee, ganz. Da ist noch irgendwer drin. Das wird irgendein Sicherheitsdienst sein hier. Ja, der Tower ist völlig dunkel. Das ist alles dunkel. Da gibt es nichts mehr. Ja. Tja. Hier will richtig leben. Oh, wie. So zwei Wochen noch. Hier ist die S-Bahn. Die Currywurst. Die waren ja ausverkauft am letzten Tag. Die hat der Bus gehalten. Ja, genau. Und dann ist schon schön weggegangen. Die Bushaltestelle ist weg. Hier war das Schild. Ja, genau. Tja. Und der S-Bahn-Zug wird dann auch bald verschrottet, nehme ich mal an. Ja, das wäre schade. Da ist Terminal D. Sie war ja da drüben. Na, Phan, Farin. Ah, am Taxi. Hier sind die Vögel wieder. Ach, das ist ja zum Piepen. Alle weg. Nee, das sind Krähen, die piepen nicht. Na gut, dann haben wir uns das Jammerbild noch mal an. Naja, aber was ist noch mal angeguckt? Okay. Da wollen wir fast die letzten jetzt sein. Ja. So, und jetzt geht's raus und wieder nach Hause. Und ich verabschiede mich dann mal. Macht's gut. Ja. Und bleibt gesund. Ach, ich denke, der kommt noch. Fuchs. Oh, wirklich, ja. Fuchs. Ja. Da sitzt er. Keine Kudo. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020